was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnen wir spielen heute 7 days to die zusammen mit dem toto hallo so ich muss jetzt erstmal hier mach das ich werde erst mal ein bisschen holz sammeln hoch sorry ich versuche uns jetzt erstmal ein paar kisten zu kräften damit wir da was reinpacken können ok ja nur wo stellen wir die kisten hin das ist die frage oben hin oder ja ich denke dass ich hier oben hin packen werde nur nur scheiße wie 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 heißt noch ein chest ich kräfte uns mal direkt drei stück hier aber das auch schon mal fertig dann stelle ich die mal oben hin dass der kamin ich habe einen grünen banana jetzt bin ich ein cooler bohr ich kann die aber so hoch stapeln ja ist ok ich habe jetzt hier drei kisten kommst du da dran warte mal ach so du legst dein bett ne ja uuuh direkt neben mir dann willst du mich nur anfummeln ja deswegen guck mal ob du hier mit eh die kiste aufmachen kannst ne dann muss ich dich glaube ich wieder als freund adden dann geht das jedes mal weg warte mal ne jetzt habe ich dir eine freundschaftsanfrage gesendet guck doch mal ob du die annehmen kannst ok guck mal ob du jetzt an die kisten da kommst ach so ich muss sie zuerst aufmachen ok jetzt kommst du dran ja gut ähm ich werde jetzt mal gucken dass ich noch ein paar federn kriege und dann werde ich versuchen uns erstmal was zu essen zu jagen was hältst du davon das hört sich so gut an oh oh warte hier ist direkt ein Vieh renn nicht weg es packt mir fest das ist so nice Stierblunder Stierblunder ja es ist down wir haben einen Elch getötet oh jetzt ist meine Waffe kaputt gegangen jetzt brauche ich erstmal Basics neue Stone Eggs craften hier nützt ja alles nix meine lieben Freunde wir brauchen eine neue Axt so gib mal her den Shit ich krieg ziemlich wenig Fleisch nur aber dafür Felle oh es ist einfach weg so oh so wir haben ja ein Lagerfeuer da werde ich jetzt erstmal schöne schöne Fleisch drin rosten so schmeißen wir erstmal ein bisschen Holz da rein zack und dann das Fleisch oder auch nicht da warte mal was haben wir denn hier Raw Meat ha warum kann ich jetzt nicht kochen achso machen wir das erstmal schön an dann kann ich es aber immer noch nicht nehmen wir halt das hier so guck jetzt eieieiei boah was das dauert ja 37 Sekunden hier unten links sehen wir es bis bis so ein schönes Ding durchgebrutzelt dies ähm hast du mich grad gehauen was hab ich grad gehauen oder nein 10 Sekunden 10 Sekunden 2 1 1 ich ess mal 1 1 njam 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 oh das gibt sogar Leben wieder Toto wo bist du ich will dir ein nicht draußen ach du bist draußen ich will dir ein schönes Stück gekochtes Fleisch geben hier warte mal zack ähm drop bitte ach hier liegt das da auf dem Boden ess mal was mein Sohn ess mal was dankeschön du bist so glücklich zu mir ja ah hier haben wir noch ein Nest da haben wir Federn da ist ein Zombie oh no es hab ich gesehen und ich hab keine Munition was fehlt mir denn ach Mut fehlt mir oh fucking Toto da kommt ein Zombie pass auf ja wär so geil gewesen wenn das zum jetzt tot wär aber erstmal den Knüppel raus hier ne und bumm was was ich sterbe ja Toto hau drauf er ist tot er hat keine Chance gegen uns krassen Dudes gehabt hier hau drauf oh untouched uuuu ja nice dank dank eh so ekelig was machst du da Toto hehehe willst du dass er wiederkommt? nö scheiße sag mal hast du Pfeile oder so? Pfeile? ach schon gut ich hab selber Pfeile komm mal herzu Papa uuuu du hast sogar Möpse oh 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 es ist direkt umgekippt jetzt wirst du stärken I'm touch it uuuu es hat ein verschimpftes Sandwich bei sich gehabt iiiiT sag mal wo kommen dann jetzt die ganzen Zombie's her? Nöohh Oh, daneben geschossen. Da platzt mal schnell der Kopf weg, ne? Was hatte er? Gar nix. Schade. Nichtsdestotrotz, ich suche jetzt erstmal Federn. Und dann mache ich mir erstmal einen kleinen Batzen. Pfeile, und dann jage ich noch ein paar hier schon, so. Eigentlich müssen wir unsere Base, sollen wir in das Haus erstmal bleiben, oder sollen wir uns komplett was eigenes bauen? Ja, weiß ich nicht, wie es aussieht. Ob wir hier erstmal bleiben. Ja, entscheide du. Und erstmal sammeln, und dann, wenn wir vielleicht genug haben, anfangen zu bauen. Ja, ist eine gute Idee. Okay, so machen wir das. Oh, hier ist ja Müll. Nichts drüben. Noch mehr. Ja, wo seht ihr die ganzen Federn? Ja. Also, das ist ja那ig. Wie redet denn das, Schwule? Ja, bleibst du hier? Ups. Wo ist das Reh jetzt hin? Oh nein, es ist weg. Das ist weg. Das Reh. Wow, ich habe eine Stadt entdeckt, Toto. Ich mache mal eben einen Track, damit du mich siehst. Echt? Okay. Willst du hier zu der Stadt kommen? Wenn du magst, kannst du gerne mitkommen. Du kannst auch da hinten rumbleiben. Ich will hier auf jeden Fall gucken, dass ich hier coolen Loot bekomme. Auf den Root, ja. Pschst. Pschst. Ich bin gerade hier im Haustrainer. Also bei mir sind ganz, ganz viele Zombies. Oh, ein Auto. Das ist heute ja lange zu durchsuchen. Und dann ist da nur ein Holz drin. Ey, das ganze Haus ist voller Zombies. Weg hier! Na dann geht es mal schön auf dich auch. Ja, ziemlich brutal hier. Bei wie vielen Minuten sind wir gerade? Wir sind jetzt genau bei 15 Minuten. Ach so, wir sind bei 15 Minuten. Gut meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss!